Willkommen zum nächsten Video, hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremotors mit Crystal Palace mit den Eagles geht es heute wieder weiter in der Premier League, beziehungsweise ich glaube sogar im Pokal, wenn ich mich nicht komplett täusche, ich kann mich auch komplett täuschen, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall liefen die letzten Episoden so mittelmäßig, wir können uns gleich mal die Ergebnisse angucken für alle, die die letzten Episoden nicht gesehen haben, ansonsten holt das nach und lasst, wenn euch diese gefällt, einen Daumen nach oben, da würden wir uns darüber freuen, das ist eine großartige Gäste, für mich und zeigt mir, dass ihr diese Serie gerne seht und dass ihr die feiert, was einfach richtig, richtig nice wäre, so wir haben hier Hallett Altintop und ansonsten nix sonderlich interessantes Prödel, können wir mal runter machen, der ist ja weggegangen zu Napoli, warum auch immer die den haben wollten, haben noch einige Abschlussberichte aus Italien und auch Neues aus Italien, Bubnitsch haben wir jetzt hier, der sieht eigentlich relativ stark aus, hat aber leider nur 71, was ein bisschen schade ist, Guillaume haben wir dann noch, den können wir mal beobachten, der ist eigentlich ganz stark, Giorginio, ja, an sich nicht schlecht, auf jeden Fall, Aqua, Joa, an sich auch nicht so kacke, aber, hm, geht besser, Pereira ist sehr stark, wirklich sehr stark, aber auch leider sehr teuer, Skorupski ist, nein, nee, nicht wirklich, äh, Albin Ektal, der ist cool, den beobachte ich mal, ist ein Schwede, für die, die es noch nicht gecheckt haben, äh, Rodriguez, juckt mich nicht, Campagnaro auch nicht wirklich, Nigel de Jong ist auch ganz interessant, Ledesma und Fahnerüte nicht so, Botta haben wir schon beobachtet und den Rest glaube ich auch, von daher können wir weiterziehen auf unserem Weg und schauen wir mal nach, wie die letzten Spiele so liefen und zwar waren das hier, ein, ja, unentschieden gegen Chelsea, ein 3 zu 3, wie ihr hier sehen könnt, und die Niederlage gegen Halil City, gegen Tabellennetzen, mit 0 zu 1, äh, das muss heute auf jeden Fall besser werden, gegen West Bromwich Eldrion und den Pokal gegen Swansea City, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, mal sehen, was in dieser Periode noch passiert, hier im Oktober, aktuell ist es aus England nochmal und dann sind wir auch gleich schon da, so haben wir Abschlussberichte natürlich wieder, aktuell ist es aus Deutschland und aus England, schauen wir erstmal nach, Florian Gados haben ein Abschlussbericht zu, sieht an sich nicht schlecht aus, 74, ist aber leider schon 25, weswegen nicht so interessant, Fasio Fernandes genauso 74, äh, schon 25, auch nicht so interessant, Joel Robles stand schon wieder eher, der hat eigentlich nur 70, was, 70 nur, ne, ein bisschen überraschend jetzt, ich dachte, der hätte ein bisschen mehr und deswegen ist der auch nicht so interessant, Gary Cale ist ein bisschen zu teuer, Erste Bank haben ja so ein bisschen zu alt, Taylor ein bisschen zu schlecht, äh, Kirkland ein bisschen zu alt, Stevie G, ja, das ist alles relativ unrealistisch, hier aktuell ist es aus Deutschland nochmal und zwar Wolfgang Hesel, Harvard, Norfolk haben wir gerade schon gehabt, Ox Rolfes, Clemens Fritz und ich glaube, das war es dann schon wieder mit neuem, ja, ähm, sieht nicht so krass aus, Harvard Nordfight, können wir uns nochmal angucken, ist ja gerade beobachtet worden und der sieht schon echt geil aus, muss man ganz ehrlich sagen, hat 75, der wäre eventuell ein Spieler, den ich mir, äh, vorstellen könnte, den zu holen, ist so ein bisschen der jüngere Andreasen mit Potenzial, also von daher relativ interessant, vielleicht wird das ja was im Winter oder im Sommer, so, Tschechien möchte mich haben, ich möchte Tschechien aber nicht haben, aktuell ist es aus Italien, haben wir dann hier noch mit Bota Kovacic, der natürlich sehr geil ist, genauso wie Onasi und, äh, okay, Kaduri, Carizzo und Thoreau sind nicht so interessant, Lazari und Cesar auch nicht, Sorrentino schon gar nicht, wegen dem Alter, äh, müssen wir mal schauen, hier, Bota haben wir fertig, der sieht an sich, ja, gut aus, ist ein Ultimate-Team halt sehr stark, aber hier leider aufgrund seines Alters nicht so interessant, dann doch schon eher Omar El-Kaduri, der leider defensiv nicht so stark ist, aber ansonsten ganz gute Werte hat, ach, wir schauen aber mal im Winter nach, Ruben Bota ignorieren wir jetzt mal gepflegt, beziehungsweise gehen wir kurz hier so und dann können wir ins nächste Spiel gehen, gegen West Bromwich Albion, schauen wir nach, wie unsere Aufstellung ist, Sahar vorne im Sturm, ich glaube, das lasse ich auch mal so, das lief eigentlich ganz okay, William, Savan, Yama und Jeddy Neck auf der 6, ich glaube, ich packe MacArthur mal rein und packe Matsch auf die Bank, ähm, aber für wen, für Young, glaube ich, oder für Kelly oder für Punch hier, oder für Hennessy, äh, für Jeddy Neck, wobei, ne, für Young, wie alt ist Young nochmal, 23 oder sowas, ne, 26, ja, dann geht das, ja, Gedeora haben wir hier noch, Dan, der könnte einmal wieder reinkommen für Delaney und, äh, Magiapa lassen wir draußen, genauso wie Ledley, okay, alles klar, mit dem Team gehen wir also in die erste Partie dieser Episode, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und bis gleich. Das Hawthorne uns erwartete Crystal Palace und West Brom mit Albion tat es genauso, heute also waren die Eagles hier zu Gast und sie mussten mal wieder punkten, zumal es ausfährt momentan noch nicht so sonderlich gut lief für Crystal Palace und gegen West Brom sollte sich das Ganze ändern, momentan auf Platz 8, West Brom mit Albion auf Platz 15 mit nur 7 Punkten aus den ersten 8 Spielen, allerdings nur 4 Punkte hinter Crystal Palace, das heißt, man könnte zu den Eagles aufschließen, genau das war das Ziel der Mannschaft in lila weiß natürlich heute mal wieder auf den Platz und, naja, was soll man großartig sagen, sie hatten mit Williams einen sehr, sehr soliden Spieler in ihren Reihen dazugewonnen, auch Forster im Tor ist ein sehr, sehr guter Mann, allerdings gab es einige Schwächen, gerade in der Defensive zu Saison, Start unter anderem mit Lescott und Gamboa, die keine guten Spiele ablieferten, auf der anderen Seite war es, naja, nicht ähnlich, aber da hapert es eher an der Offensive, beziehungsweise an individuellen Fehlern und unglücklichen Gegentorns, Brom, die bisher mit einer guten Saison, hatte allerdings schon einige Fehler gemacht, allerdings fand er trotzdem natürlich in der Start der Forster, Gamboa, Lescott, Williams und Pocconioli in der Verteidigung war Westrom dann zwei sehr defensive Sechser mit Jakob und Mulumbo, davor dann McManaman, Brandt, Sesenjong und Brownie, der hier in der Startelf der Nigerianer sollte für die Gefahr vom Tor sorgen, Saido Beraino nur auf der Bank, auf der anderen Seite ebenfalls zwei Stürmer auf der Bank, mit Fraser Campbell und Bart Finne in der Startaufstellung, Spironi, Ward, Dan Hoffmann und Suare, auf der Sechs McArthur und Van Yama, vorne Boulasi, Williams und im Sturm Zaha und Gale, das heißt wieder Doppelspitze, das heißt wieder zwei Zehner mehr oder weniger, beziehungsweise Flügelspieler mit Boulasi und Williams, die für offensive Gefahr sorgen sollten, auf der anderen Seite aber halt Forster und der war ein guter Keeper, war in guter Form, mal sehen, wie sich, naja, die Eagles gegen ihn schlagen sollten, der Schiedsrichter spielt auch noch eine gewisse Rolle in dieser Partie, dazu kommen wir gleich, Jolion, Lescott und Williams bilden, wie gesagt, das Innenverteidiger, du, dass hier die Offensive ein bisschen stoppen sollte, Saha und Gale und das ist der Schiedsrichter, Lieb Robert, er war der Unparteiische für diese Partie und er hatte eine sehr schwierige Partie zu leiten, beziehungsweise es wirkte zumindest so, erste Chance nach knapp sechs Minuten, ja, für Westromisch, Albion, das war die erste Szene der Partie, das ist die Flanke auf Brandt und es steht 1-0 für Westromisch, Albion, der Engländer, der Nordire, mit dem 1-0 hier nach, ja, gerade mal sieben gespielten Minuten, Spironi kann da absolut nichts machen, Dan verliert das Kopfballduell und da darf man Volumenbon natürlich niemals so frei flanken lassen, mit dem schwachen linken Fuß und in der Mitte ist er dann frei, macht das Kopfballdorfer zum 1-0, eins reagierten die Eagles, wie man es gewohnt war und zwar sehr, sehr schnell, Sahar mit dem schönen Trick, den Pass auf Dwight Gale, der macht das dann wieder guter, mit der Hacke jetzt in die Mitte auf MacArthur, der weiß nicht, wo die wieder anspielen soll, will Sahar anspielen, der läuft aber schlecht, dann geht er weiter zurück auf Dwight Gale, Dwight Gale 1-1, neunte Spielminute, das ist der Ausgleich für die Eagles und das war die prompte Handvoll, wunderbar gespielt von MacArthur und Gale mit einem richtig, richtig guten Abschluss, die mitgereisten Fans, ja, waren sehr zufrieden mit diesem, ja, relativ schnellen Ausgleichstor und das war wirklich sehr, sehr gut gemacht, sowohl von MacArthur, der da die Lücke sieht zwischen den Verteidigern, wie gesagt, Verteidigungsprobleme gerade bei Joe Leon, Lescott und Gale dann mit dem Abschluss zum 1-1, in der Folge war dann Westbrook ein bisschen verunsichert von der schnellen Antwort und Williams kam zu seiner nächsten Chance, Gamboa grätscht daneben und Williams mit der Flanke in die Mitte, Gale wird gerade noch so gehindert, Bo Lasi versucht es mal, aber wieder ist Foster da, hält das da gut, seine Mannschaft ist weiterhin in der Partie und wurde vom Schiedsrichter zurück reingebracht, der Vorteil ist hier vorbei und dann gibt es für diese Situation hier ein Foul gegen Dwight Gale und eine Freistoßsituation und solche Freistöße bekam Westbrook Mitch sehr oft, allgemein regte sich Crystal Palace viel über den Schiedsrichter auf, das war auch zu Recht in der Pfiff sehr, sehr kleinlich, der Kopfball hier von Hoffmann beziehungsweise erklärt mitten im Kopfball, allerdings ging es weiter mit solchen Situationen, zunächst mal der Konter über Banyama und da ist Saha, der ist sehr, sehr schnell, Gamboa grätscht wieder daneben, er geht weiter, macht das gut, geht in den 16er, niemand greift hier wirklich an, der schwache linke Fuß ist aber leider wirklich zu schwach, um irgendwie Foster in Gefahr zu bringen, es bleibt beim 1-1 und es gab wieder einen komischen Freistoß, hier rennt sich Ani Cebe, beziehungsweise nicht Ani Cebe, sondern Ideo und Brandt über den Haufen und es gibt einen Freistoß für eigentlich mehr oder weniger nichts, das heißt wieder zurück in die Partie gebracht, beziehungsweise wieder zurück in den Angriff gebracht von Prosta und naja, was soll man sagen, es gab halt den Freistoß, McManaman wird den wieder in die Mitte bringen und sie haben Kopfball stark gespielt, haben wir beim 1-0 schon gesehen, diesmal kommt er wieder auf Brandt, aber zum Glück kommt er nicht richtig dran, weil ihn da Suarez entscheidend behindert, es bleibt beim 1-1, in der Folge war dann eigentlich fast nur noch Crystal Palace im Angriff, allerdings gab es eine gefährliche Kontersituation über Brandt wieder mal, die Flanke auf den zweiten Pfosten ist gut, da ist Seng Yong der Pfosten und Dan rettet vor der Linie, es war äußerst knapp die besseren Chancen bei West Bromwich Albion, die mehr, also mehr Chancen, das Chancen plus allerdings bei Crystal Palace, Williams mit dem Ball in den Rückraum zu, Gale, der versucht mit links, das ist nicht sonderlich gefährlich, aber da kann er sich natürlich noch steigern, hat ja auch schon ein Tor gemacht und sie versuchten es kurz vor der Halbzeit nochmal, Ball wird geklärt, kommt zu Boulasi, der auf Dwight Gale, der auf Wanyama, der dreht sich direkt und schießt aufs kurze Eck von Foster, der da gut reagiert, trotzdem nochmal ein Torschuss und eine Ecke jetzt hier in der 45. Minute, reingebracht von Yannick Boulasi, der Mann aus dem Kongo mit der Flanke auf Dan, der Kopfball kommt nicht, aber Gale ist nochmal da, trotzdem nicht allzu gefährlich für Foster, der den Ball halten kann, zweite Halbzeit, Finne kam rein, mehr Offensive bei Crystal Palace, die wollten hier den Sieg und Finne fand sich gleich gut ein, ein Spiel setzt sich hier durch gegen Molumbo mit seinem Tempo, außen gegen Pocornioli, zwei ehemalige Bundesligaspieler, setzt sich da klasse durch gegen den Belgier, geht weiter gerade aus, der Schuss mit links wird von Jolie und Lescott noch entscheidend abgefälscht und deswegen bleibt es hier erstmal bei Mainz zu eins, gibt aber ein Eckball nach gerade mal einer gespielten Minute, die Ecke auf Dan, der Kopfball geht wieder knapp vorbei, sie nährten sich an, den 2 zu 1, allerdings passierte dann relativ wenig, die gefährlichste Situation wieder mal auf der anderen Seite, Mac Manemann verliert den Ball, Pocornioli kriegt den gleich nochmal wieder glücklich, die Flanke in die Mitte und da ist Idee gegen die Latze, das war wieder sehr gefährlich, die gefährliche Situation von West Brom im gesamten zweiten Durchgang, dann gab es einen Wechsel auf beiden Seiten, Molumbo ging raus, Chris Bird kam in die Partie und naja, was soll man sagen, Crystal Palace versuchte immer mehr Offensive reinzubringen, brachte sowohl Matsch als auch Frasier Campbell für McArthur und Dwight Gale, der eine gute Partie gemacht hat, der das so erzielt hatte, aber jetzt durch Tempo ersetzt wurde mehr oder weniger eine noch schnellere Spiele als Dwight Gale, nämlich Frasier Campbell eben, allerdings, ja, kam mehr über Bart Finne, hier gegen Pocornioli, setzt sich klasse durch im Laufduell gegen den Belgier, gewinnt erneut diesen Zweikampf, lässt sich hier nicht fallen, geht in den 16er, verliert den Ball, allerdings war das dann doch eher ein Foul vom Verteidiger, es gibt das Foul gegen Bart Finne, das konnte niemand so wirklich nachvollziehen, im Endeffekt war es aber egal, das war die letzte Szene der Partie, es blieb am 1-2-1, West Brom mit einem Unentschieden gegen Crystal Palace, für den 15 ist das ein besseres Ergebnis als für die Eagles, die hier eventuell den Sieg verdient gehabt, hätten allerdings viel zu ungefährlich waren vor dem Tor, da muss man dran arbeiten, der Schiedsrichter hatte entscheidend dazu beigetragen, dass es nicht, ja, nichts wurde mit den drei Punkten für Crystal Palace, ist aber auch so, immerhin ein Punkt im Hawthorns bei West Brom und Javier. Ein unverdienter Punkt für West Brom und ein sehr, sehr bitterer Punkt nur für uns, der Schiedsrichter war ein richtiger Bastard, keine Ahnung, was der vor dem Spiel geschluckt hat, das war richtig unfair, wie der gefiffen hat, ohne Scheiß, ich hatte gar keine Chance, irgendwas zu machen, weil er jede Aktion abgefiffen hat, jeder kleine Scheiß, das geht mir richtig auf den Nerven, aber gut, was willst du machen halt, ne, auch solche Schiedsrichter, das sind FIFA, gut, wir spielen im FA Cup, wir haben eine Elf, die, naja, mehr oder weniger ausgeruht ist, einige, warum Hoffmann die Form runter hat, kann auch niemand so wirklich verstehen, weil der eigentlich gut spielt, aber FIFA ist allgemein ja kein logisches Spiel, da darf man ja nichts erwarten, rechts wird nicht Ward spielen, sondern Kelly in diesem Spiel jetzt, dazu werde ich mal Jettinek in die Startelf packen und Campbell für Zaha, ne, lassen wir so, Zaha gefällt mir vorne drin eigentlich, kann man so lassen, Hoffmann lasse ich natürlich aus Protest einfach drin, weil der, der war gut, das ist echt ganz, ganz komisch, dieses Spiel, aber von mir aus, ähm, ja, Swansea im FA Cup, äh, nee, Capital One Cup ist es sogar, und auswärts, das heißt, ja, mal sehen, ich wünsche euch viel Spaß, bis gleich. Crystal Palace hatte Probleme in der Offensive und jetzt mussten sie ins Liberty Stadium im Capital One Cup gegen Swansea City, die Valisa war momentan relativ gut drauf, gerade in der Offensive sehr, sehr stark, trotz des Abgangs von Wilfried Boney, beispielsweise mit Oliveira oder Sigurdsson, die momentan die Tore erzielten, auf der anderen Seite, wie gesagt, ein bisschen problematisch, jemand hatte Gay getroffen gegen West Bromwich Albion, aber trotzdem natürlich nicht zu einfach die Situation für die Eagles, da man auf der anderen Seite auch einen sehr defensiv starken Gegner hatte, unter anderem mit Fernandes, den wir hier gerade im Bild sehen, Jettinek stand in der Startelf, allgemein war es die gleiche, ja, quasi mehr oder weniger, wie gegen West Bromwich Albion, zunächst einmal die von Swansea City, Talavera, Rangel, Ahmad Bartley und natürlich auch noch Tien Dalli in der Verteidigung, Cork und Shelby auf der Doppelsechs, davor Sigurdsson, Daya, Montero und Oliveira, das heißt eine sehr gute, sehr offensive Startausstellung bei Swansea City, gerade Shelby ja auch ein Spieler, der mit nach vorne spielte und auch Cork, normalerweise kein klassischer Sechser, denn viel zu offensiv dafür ausgeht, auf der anderen Seite Spironi, Kelly, Dan Hoffmann und Suare, MacArthur im Mittelfeld zusammen mit Jettinek auf der Bank, nur Van Yama, dann Williams und Boulasi vorne zusammen mit White Gale und Sahar, das heißt, da hatte sich nichts geändert, allerdings war, wie gesagt, Jettinek in die Startelf gerutscht für Van Yama und naja, was soll man sagen, es haperte wieder mal am Abschluss bei Crystal Palace, die erste Szene nach knapp 14 Minuten, bis dahin passierte nichts, Boulasi macht das hier schön mit dem Seitenwechsel, schöne Verlagerung auf Suare, der ja bereits zwei Saison Tourat, aus der Distanz würde er wohl nicht abziehen, spielt den Ball auch auf Jettinek, der auf Gale, der weiter auf Williams und Williams mit dem Fehlpass, kriegt ihn aber nochmal wieder und flankt den dann hier schön in die Mitte auf Suare und der macht es wieder zu kompliziert, gegen Armat anscheinend einfach mit dem rechten Fuß, mit dem schwachen Fuß zu flanken, verliert er hier lieber den Ball und auf der anderen Seite spielten die das deutlich konsequenter und besser zu Ende, Oliveira hier mit dem Ball auf Nathan Dyer, der mit dem Ball auf Shelby, direkte Flanke und Montero ist da, klasse Parade von Spironi, klasse Kopfball vom Ecuadorianer Montero, dem Neuzugang aus Mexiko und das blieb weiterhin beim 0 zu 0 und wie gesagt, es haperte wirklich nur am Torabschluss bei Crystal Palace, sie spielten gut nach vorne, schafften es aber nicht den Ball aufs Tor zu kriegen, hier hat Thierendalli, verliert den Ball dumm gegen Boulasi außen, der direkt weiter in die Mitte auf Zaha, der könnte direkt schießen, wartet, geht an Shelby vorbei und schießt dann im Endeffekt nicht, deswegen kommt Shelby mit dem Fuß doch noch dazwischen, es bleibt beim 0 zu 0 und wie gesagt, es ging einfach so weiter, man kann nicht mehr sagen, als dass sie einfach zu dumm waren, den Ball aufs Tor zu bringen, weil jetzt Jeddy Neck macht das hier außen gut, zurück in den Rückraum auf Dwight Gay, der schießt nicht direkt, spielt auf Wilgams, der schießt auch nicht direkt, sondern spielt nochmal weiter auf Suarez, auch der schießt nicht, sondern flankt in die Mitte und dann ist der Ball wieder weg, es blieb also beim 0 zu 0 und auf der anderen Seite mehr Konsequenz, Montero mit der Flanke in die Mitte, Oliveira ist da, kommt nicht zum Kopfball, der Hoffmann, der bis jetzt jeden Zweikampf gewonnen hatte, bis auf den gegen Montero, da konnte er nicht wirklich was machen, ja der war sehr solide heute in der Defensive mit Dan, das heißt, auch wenn sie mal über die außen kam, Swansea in der Mitte stand, immer noch ein sehr solides Innenverteidiger, deswegen wenig Torgefahr auf beiden Seiten, die eine Mannschaft wollte nicht schießen, die andere Mannschaft konnte nicht schießen, deswegen 0 zu 0, die Fans dann relativ langweilige Spiele in der zweiten Halbzeit, sollte es aber besser werden, Jung kam in die Partie bei Swansea City für den angeschlagenen Kork, das heißt noch mehr Offensivpotenzial und sie zeigten auch gleich, dass sie das drauf hatten, Montero geht über außen, hatte bisher die beste Chance, flankt jetzt hier in die Mitte und dann ist da Daya und köpft den Ball am Tor vorbei, nachdem Oliveira erst mal daneben geköpft hatte, auf der anderen Seite dann mal Dwight Gay, macht das hier schön mit Tempo auf Zaha, kleine Verlagerung, der Ball auf Bolasi, der ist ein Dribbelkönig, zeigt das hier gegen Thiendali, klasse Aktion vom Kongolesen, allerdings dann ein bisschen zu eigensinnig, der Ball wird aber nochmal gefährlich, denn sie sind sich da nicht richtig einig in der Mitte, Bolasi nochmal, aber im Endeffekt ist Talavera da und es bleibt beim 0 zu 0, es ging weiter mit Bart Finne, sie stellten um, sie wurden offensiver, 4-2-4 war jetzt das System, bei Crystal Palace, also vier offensive Spieler und die zentralen Mittelfeldspieler, die sich ins offensive Spiel mit einbringen konnten und es wurde direkt gefährlich, Zaha kriegt den Ball auf außen, gegen Thiendali ist schneller, macht das da klasse, zieht in die Mitte, spielt nicht den Ball auf Gay, das war vielleicht der Fehler, kann hier abziehen mit links, am Tor vorbei, aber immer mal ein Torschuss, das war ja schon mal etwas, nach 70 Minuten der erste so ziemlich, es wurde als Torschuss gewertet und dann kam der große Auftritt von Frasier Campbell, kein Abseits, das Ganze aufgehoben und dann ist er da und dann macht er das 1-0 in der 74. Minute, ebenfalls eingewechselt, Frasier Campbell zur Halbzeit bereit gekommen, ja, genauso wie Bart Finne, also zwei Stürmer mehr auf dem Platz und im Endeffekt war es dann der Engländer, der hier das Tor machte, ganz, ganz schlecht verteidigt, viel zu passiv da, er steht nicht im Abseits, niemand kann mehr was machen und auch Talavera ist geschlagen, es bleibt beim 1-0 und was will man machen, 85. Minute, Bolasino mit dem Ball in die Mitte auf Miles Jettinek, der traut sich nicht zu schießen, aber Finne tut das, Finne mit dem Schuss, knapp am Tor vorbei, der Norweger nicht in Topform versucht, aber wieder sich reinzuarbeiten und es gab tatsächlich sogar nochmal eine Chance für Swansea City, die waren nicht sonderlich aktiv in der Offensive, aber in der 90. Minute versucht sie es über Rathledge, mittlerweile eingewechselt mit dem Ball auf Armatte, Innenverteidiger mit aufgerührt und Spironi ist da, kann den Schuss des Spaniers sein Schärfen sehr, sehr gut, die nächste Ecke, nicht die erste, sondern die zweite Ecke, reingebracht von Sigurdsson, ebenfalls in der 90. Minute, nochmal die Chance, Gomi legt ab auf Jung und der Kopf drüber, der Koreaner ja eingewechselt, er schafft es nicht, den Ball ins Tor zu bringen und das war die letzte Aktion der Partie. Crystal Palace gewinnt, ja ein bisschen glücklich, ein bisschen mit wenig Schüssen gegen Swansea City, im Endeffekt aber wohl verdient, das war ein 50-50-Spiel und die Eagles hatten das bessere Ende für sich, die mitgereisten Fans sehr zufrieden ob der Leistung ihrer Mannschaft, vielleicht ist das ja der Anfang einer Siegesserie, wir wollen es hoffen für Crystal Palace, für Swansea ist der Capital One Cup vorbei. Ein Sieg im Liberty Stadium, das gibt es ja gar nicht, sogar auswärts gewonnen, nächste Runde geht es dann gegen entweder Everton, Watford, Southampton, Bolton, Newcastle, Liverpool, Norwich, Fulham oder Jowell Town, mal sehen wie das Ganze laufen wird, als nächstes in der Liga gegen Sunderland und naja, Hoffmann, ja genau, jetzt ist die Formel wieder normal, der hat mich richtig gut gespielt, der hat 100% Zweikämpfe gewonnen, also läuft auf jeden Fall bei ihm und naja, was soll ich sagen, also wir brauchen mehr Offensivkraft und ihr habt eventuell gemerkt und ich habe es wahrscheinlich auch gesagt, ich habe gerade aufs 4-2-4 umgestellt in der Endphase und ich glaube, das wird das System sein, halte mich für verrückt, aber das werde ich in den nächsten Wochen spielen lassen, denn es ist meiner Meinung nach besser, wenn man hier beispielsweise eine Doppelspitze erstmal hat und dann außerdem noch mehr Offensive, also nicht irgendwie jetzt der linke Mittelfeldspieler, rechte Mittelfeldspieler, sondern wirklich Offensive, die vorne drinstehen und die vorne auch wirklich was reißen können. Ich weiß nicht, ob ich Finde von Start von Anfang an spielen lasse oder ob ich eventuell Zaha oder Volazi mal rausnehme, je nachdem, Matsch wird glaube ich mal spielen für den Back Arthur von Anfang an, ansonsten reicht das eigentlich mit der Startausstellung, obwohl hier Ward kommt noch rein. Es ist an sich aber so eine ganz gute Ausstellung, denke ich mal. Wir haben immer noch genug defensive Kraft, weil wir zwei Sechser haben quasi mit entweder Jeddyneck, Matsch, oder Vanyama und wir haben halt vorne offensive Durchschlagskraft und hinten halt noch eine stabile Viererkette, zumal Ward und Suarea glaube ich auch Mittel- und Mittelarbeitsraten haben jemals. Ne, er hat Hochmittel, okay, alles klar und er hat Mittel- und Mittel, ja, okay, also wir haben auf jeden Fall vernünftige Arbeitsraten da und ich denke mal, das geht einigermaßen so klar. Das war es auf jeden Fall für diese Episode, ich hoffe, euch gefallen, wenn ihr ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, wie gesagt, würde mich sehr freuen. Ich stoppe die Simulation, gucke nochmal an, was für Turnierpreisgeld bekommen, wahrscheinlich 200.000 im nächsten Willanschaft vom 2. Dezember, das heißt um drei Wochen dahinten verschoben, wahrscheinlich wegen dem Capital One Cup. Gut, bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein und ciao.